Hi, mein Name ist Grünwald Andreas, ich bin 31 Jahre alt und bin Familienvater. Ich habe früher Restaurantfach die Lehre begonnen im Fünf-Sterne-Hotel und 15 Jahre war ich im Gasgewerbe. Okay, es war alles schön und gut, aber ich wollte halt nicht immer bleiben können. Die Arbeitszeiten, die waren halt natürlich, wie im Gasgewerbe es üblich ist, über Stunden waren auch immer da. Es hat sich immer rausgezogen und da hat man halt auch nicht mehr so viel Zeit für die Familie. Und da ist es jetzt schon besser mit dem Opus, mit dem Beruf. Das sind schon geregelte Arbeitszeiten laut Dienstplan. Ja, und im Gasgewerbe, ja, ich meine beim Opusfahren, das hat mehr Vorteile wie Nachteile. Und im Gasgewerbe hat es halt auch Vorteile gegeben, aber mehr Nachteile, sage ich einmal. Ja, die Arbeitskollegen, die sind sehr nett. Und wenn man Hilfe braucht bei irgendwas, also gerade am Anfang, bei der Anfangszeit, da braucht man halt immer ein paar Tipps bei ein paar Sachen und die sind da echt hilfsbereit. Und die sagen da auch Bescheid, wenn man Hilfe braucht, wende die an uns. Und da sind die alten Opuslenker, da sind da echt ganz cool drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.